Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 14. Juli 2020. Und der Montag hat Eindruck hinterlassen. Definitiv hat er Montag Eindruck hinterlassen, nachdem schon das Wochenende... Ja, wie soll ich sagen? Ich kann Ihnen mal ein bisschen versuchen zu schildern, wie ich das Wochenende erlebt habe. Aber nachdem ich von rechts und links viel mit Zuschriften auch zugeschüttet wurde und man ja auch auf Facebook und sonst wo überall die Fraktionen so ein bisschen beobachten kann und was mir halt extrem aufgefallen ist, ist, dass die Seiten so unheimlich stark auseinander trifft. Die einen, die mit voller Überzeugung in diese Bewegung die ganze Zeit reingekauft haben, die Aktien gehalten, schon die ganze Corona-Phase ihrer Aktien gehalten haben, darin bestätigt wurden, diese Aktien zu halten, im fetten Gewinn sind. Weiteres Geld dem Markt zu schieben, statt jetzt die Gewinne zu realisieren. Weiteres Geld zu füttern und zuschieben und natürlich noch mehr Gewinne haben und noch mehr und nochmal einen Aufwärtsgibb kriegen und sich richtig freuen und feiern in einer absoluten Euphorie, wie ich das noch nie erlebt habe. In den letzten, also seit, sagen wir mal, 2017, wo ich das hier gemacht habe, das habe ich noch nie gesehen. Also ich kann mir vorstellen, dass es 99, 98 oder so, dass es da auch ähnlich gewesen ist. Da hat man ja auch, ich glaube, der Nasdaq hat alleine im Jahr 1999 nochmal 100% zulegen können, nachdem er 98 schon fast 60 oder 70% plus gemacht hatte. Aber ich glaube, so muss es sich damals auch angefühlt haben. So ein richtiger Tech-Hype halt einfach. So, das ist die eine Seite. Und dann gibt es diese andere Seite, die sich meist sehr viel mit Aktien beschäftigt, mit Unternehmensbewertungen und so weiter und so fort, die auch mal in Shorts handelt und so, die die ganze Bewegung aber nicht mitgemacht hat. Die jetzt da stehen und die sich dann über die anderen ärgern, die in deren Augen, ja, ich mache mal hier Anführungsstriche mit den Fingern, dumm reingekauft haben und da ärgern die sich so drüber, weil sie denen das auch nicht allen gönnen. Und da entsteht so eine gewisse Neid und Trotzhandlung, sodass diejenigen teilweise schon echt seit einer ganzen Weile Shorts gegenstehen und auch weiter diese Shorts ausgebaut haben. So, sodass ich sage, ey Freunde, also auf der einen Seite sehe ich die Unvernunft auf der langen Seite, auf der anderen Seite sehe ich die Unvernunft auf der Shorts Seite. Also gut ausgehen kann das nicht für alle. Das steht ohne Frage und das kriegt der Mark gar nicht mit seitwärts geheilt. Also irgendeiner wird es hier auf die Nase kriegen und ich stand heute so ein bisschen wie der Kerl da. Also auch als ich den Nasssack gesehen habe, wie ich den nach oben raus gefeuert hatte, über die 11.000 drüber, wie ich den, ähm, wie ich den, äh, die Tesla auch gesehen habe. Also, ich bin ja regelrecht sprachlos. Ähm, Wahnsinn. Also ich gönne es wirklich allen, die das mitnehmen konnten, die da die Gewinne, die auch den Mumm hatten, das zu halten. Man muss dann nur halt auch irgendwann, man muss halt irgendwo einen Absprung kriegen halt. Wenn das Ding irgendwann wieder bei 100 steht und man hat die ganze Corona-Scheiße ausgehalten, das Ding bis 1800 hochgehalten, übelst die Gewinne gehabt und dann nicht irgendwo mal einen Aussieg gefunden ist, ist halt auch blöd, wenn das dann wieder irgendwann komplett platzt halt so ein Teil und dann bei 100 steht und man war überall nur dabei, aber hat nichts davon gehabt, ne. Also, ich wünsche einfach allen, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Vernunft auch mit rein haben, die Gier phasenweise vielleicht auch mal runterschlagen, aber das waren, also gerade übers Wochenende, also, das ist mir noch nie so aufgefallen, diese, diese Extreme auf beiden Seiten, also auch die, die Leute, die die Shorts drin haben, ähm, auch wenn die jetzt wieder ein bisschen reingekommen sind, aber, ey, wirklich, da mache ich mich schon ein bisschen Sorgen halt, ne, was da aufeinanderprallt, also, da haben halt auch viele richtig im Short verloren, jetzt die halt die Überzeugung getradet haben, dass da noch was kommt und so weiter und so fort, die es da oben rausgehauen hat. Ach, Freunde, Freunde, ihr macht mich manchmal echt fertig. Ich selber habe das, ja klar, ich habe das auch mitgekriegt, aber man sitzt halt, wenn du nicht drin bist und ab einem gewissen Stadium ist man da ja auch, wenn man Anfänger ist, dann ist man da überall noch, da will man auch überall dabei sein, ne, diesen Drang, den habe ich gar nicht mehr so. Ich gucke mir das dann einfach so an und erfreue mich dann an solchen Kursbildern. Aber manches kriege ich dann einfach auch nur durch die Leute mit halt, wie die so schreiben, ne. Wenn ich jetzt den Chart gucke, ich wäre wahrscheinlich gar nicht so aufgeregt, aber mit der Vorbotschaft, wie ich ins Wochenende oder aus dem Wochenende rausgekommen bin und dann auch diese ganzen Abwärtskippen und diese Euphorie, diese Euphorie, die da war. Hui. Ja, da muss ich auch erstmal wieder ein bisschen mich jetzt erholen von dem Tag, ein bisschen runterkommen. Was haben wir gesehen? Wir haben gesagt, man muss ein bisschen vorsichtig sein am Montag, wenn er das jetzt hier kippen sollte. Wir haben gesagt, die ersten 1-2 Stunden Kerzen, die sollten da schon entscheidend sein. Also 8-9 Uhr sollte man schon gut erkennen können, wo der Tag hingeht. Das ging nach unten. Damit hat sich der Dax unten an den Short-Trigger ran gehauen, hat den erstmal gut halten können, dann aber nicht mehr über den oberen geschafft, hat doch einfach die 800 nicht mehr gekauft gekriegt. Das hat man richtig gesehen. Da war keine, der wollte nicht mehr, 12-800. Das hat er deutlich gezeigt und dann kam er sogar nochmal runter. Das hätte ich für den Montag noch gar nicht kommen sehen wollen. Das wäre für mich jetzt eigentlich, das wäre für mich perfekt auf den Dienstag. Der nimmt mir richtig, der nimmt mir richtig das Futter aus meiner Analyse. Wäre der hier oben gestanden, hätte ich ihm schön sagen können, ach ja, zum Dienstag wäre das ganz typisch, jetzt wo wir die 12-7 Monate angeschlagen haben, dass wir die 5,85 noch machen. Jetzt hat er das schon gemacht und wahrscheinlich hat es keiner von ihnen richtig mitgetradet. Bisschen schade, auch wenn es in der Analyse drin stand, auch wenn der Pfeil hingezeigt hat und so weiter und so fort. Ich glaube, es haben nicht viele getradet, weil man damit jetzt nicht mehr gerechnet hat. Also ich habe zumindest nicht damit gerechnet, dass er jetzt noch direkt hier durchschlägt. Ja, so und wenn wir jetzt gucken, dreiwellige Abwärtsbewegungen sind mit einem fetten Strang nach oben. Ich würde mal das Fibonacci nicht anlegen wollen, aber wenn sie es so aus dem Auge sehen, würde ich sagen, perfekte Landung auf dem 61er. Ich weiß es nicht, wollen wir es ziehen? Das Ergebnis könnte uns irritieren, weil es ist eigentlich egal, es ist genau das Verhältnis, wo er liegt. Ja, es ist das 61er, scheiß drauf, wenn die Katze da ein bisschen drüber ist, es ist das 61er, wo er da dran liegt. Und ich sage mal, wenn der jetzt zum Dienstag umdreht, Turnaround, Tuesday, was soll denn da kommen? Das ist die Basisbewegung, das ist der Impuls gewesen, das ist die Reaktion, die Korrektur, die schon ordentlich Schmackes hatte. Wenn er das jetzt nach oben auskommt, dann steht der hier und dann steht über der 13.000 und das am Mittwochvormittag schon, vielleicht sogar am Dienstagabend. Ja, also da muss man aufpassen jetzt, wenn der zurückkommt, ne, die haben so viel Bola, so viel Wumms und da bin ich wirklich gespannt. Was wir auf jeden Fall machen können, ist den Trigger mit nach unten nehmen, aber wir müssen auch drüber sprechen, über den Dienstag. Ein Dienstag hat gewisse Sonderheiten, er hat gewisse Eigenheiten einfach und zwar macht er gerne nochmal einen Vormittag, also ja, macht er gerne einen Aufwärtscap, wenn er Montag so schwach war, ne, das sieht man immer wieder, dass Leute dann immer Short wollen, auch über Nacht halten wollen, dann macht er einen Aufwärtscap, das ist sehr häufig, das ist sehr oft, deswegen würde ich das jetzt hier auch verbal erwähnen wollen, kommt es nicht, dann mal eine Ausnahme, aber macht das halt sehr oft. Das ist ja auch grundsätzlich bei allem, was wir sagen, ne, das ist eher mehr so eine, was wir betonen, sind immer die Sachen, die häufig passieren, ne, die hebe ich Ihnen immer vorher vor, der DAX wird immer das und das machen. Wir haben heute früh auch in unseren Updates im Premium-Dienst geschrieben, unter 12,850, wenn er unter 12,850 bleibt, ist es für mich Risiko, Risiko bis zum Gap-Close und das ist dann die ganze Zeit unten im Fazit drin, auch wenn ich selber das nicht hätte sehen können, aber es ist dann die ganze Zeit drin, ab früh der ersten Mail und wenn wir unter 12,700 fallen, dann sind auch 12,85 drin. Und die sind gekommen, halt, ne, also, das ist, das ist nichts anderes, wie macht der DAX halt oft so. So, und deswegen, wir gehen jetzt in den Dienstag rein, was der DAX oft macht, ist am Dienstag hier nochmal tief drunter setzen und dann volle Umkehr, Turnaround, das ist Dienstag-typisch, ob das so tief wird hier, eine 300, eine 360, würde ich dann hier jetzt erst noch bezweifeln wollen, also, das steht jetzt hier im Pfeil drin, ich würde ihn auch so drin stehen lassen, aber glauben Sie mir, wenn der hier früh eine 500 oder sowas anhaut, eine 94, oder wenn er, was weiß ich, gar nicht hinkriegt, das Abwärtsgeld, wenn er hier oben rein startet, ich würde dem guten gerne bis Mittag, bis 13 Uhr oder was, erstmal Rücklaufpotenzial lassen, ne, dass er erstmal vielleicht noch ein bisschen ansteigen kann. Wir haben das mittlere Band, wo haben wir das, das ist um die 6,40 rum, das ist schon relativ niedrig, ich fände eigentlich den Bereich um 6,80, 700, fände ich interessanter als Rücklaufbereich, ne, da jetzt einmal nochmal so drinnen zurück, ähm, und dann müsste es sich zeigen, ob er nochmal drunter kommt, unter den Montag, unter die Vormittags-Tiefs auch, ne, kommt er zum Nachmittag, zum Dienstagnachmittag nochmal drunter, ähm, haben wir ganz gute Karten, dass er tiefer fallen kann, und ansonsten geht der Kerl halt wieder aufwärts, ne, also diesen Trigger, den nehmen wir auch da mit da oben, den 12800 und da hauen sie sich da an den Zettel an den Bildschirm, glauben sie mir, weil sie werden, wenn der jetzt hochrennt, sie werden keine Eier in der Hose haben, bei 12800 long zu suchen, wenn der komplett auskontert und hochrennt, ehrlich, sowas, das muss man sich vorher festnehmen, das macht man sonst nicht mehr, es wäre aber richtig, weil der kann durchaus durchrennen, und das kriegt man über so eine Projektion hin, ne, indem man dann einfach sagen würde, was weiß ich, der, der, der Dachs orientiert sich an der, ne, ich mach's mal nicht so, ich mach's mal so, ne, dann sagt man, der Dachs orientiert sich an der vorherigen Bewegung, und hat ein Kursziel 13.014, ne, zwischen Ziele 12.830 und 12.900, so würde man rangehen, ja, das heißt, Dienstag, aufpassen mit den Kontern, was, erinnern Sie sich auch, was Sie die ganzen Tage immer wieder sehen, Vorlage nach oben, er haut es nach unten, Vorlage nach unten, er haut es nach oben, immer, die ganze Zeit geht das schon, ne, das waren ganz, 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 ganz wenige Vortage, aus denen Sie sich wirklich rausgeschoben gekriegt haben, aber ansonsten auch letzte Woche Montag, ähnliches, also nicht so krass wie das, aber auch letzte Woche Montag, starkes Aufherzgelb und komplett nach unten, ne, zum Abend schön aufgedreht, sah aus wie nach oben eine Vorlage, was kam? Abwärtsgelb nach unten, ne, dann sah es wieder aus wie eine Vorlage nach unten, was kam? Nach oben, und, ja, also, ein bisschen aufpassen, ein bisschen Vernunft, rein charttechnisch betrachtet, das hat Gültigkeit, ja, also unterm Trick, passen Sie auf, unter der 5.20, unter der 5.30, wenn der Dachs nicht nach oben zieht, wenn er keine grüne Kerzen reindrückt, wenn er kein markantes Vormittagstief, bildet, was er dann umdreht, ne, also, Sie brauchen hier unten, wenn er hier unten reingeht, brauchen Sie schöne, kräftige Stundenkerzen, grüne Kerzen, wenn Sie ein Turnaround traden wollen, die würde ich auch abwarten, wirklich würde ich empfehlen, also, ich persönlich würde es machen, ne, einfach die grünen Kerzen dann noch abwarten, damit Sie eben nicht das Problem oder ins Risiko laufen, dass der mit Ihnen hier die 3.70 dann austestet noch, ja, und das wäre legitim. Ansonsten das hier erstmal Knautschzone, ähm, Wühlzone, Vortagesrange, ne, das ist ohne Bedeutung, auch wenn ich schon sagen würde, 12.700, 12.680 hat für mich erhöhte Bedeutung, hat für mich einfach erhöhte Bedeutung. Es kann auch sein, dass er dort einfach ein Dreieck macht, ne, wieder ein bisschen die Emotionen rausnimmt, ein bisschen Ruhe reinbringt, und dann das Dreieck meinetwegen auch wieder nach oben auflöst, später, ja, wäre aber jetzt auch nicht unüblich. Wenn er jetzt halt keinen Abwärtsgap hinkriegt, sondern nach oben zuckt, ähm, kann das sein, dass es auf dem Dreieck hinausläuft, ne, ähm, dann sammelt es sich wieder Kraft und entweder findet er die und steigt nach oben raus oder nach unten. Also, das möchte ich gar nicht mal großartig ausschließen, ja, ansonsten, ja, über das Tief haben wir gesprochen, das Risiko hier unten haben wir gesprochen, in dem Bereich auf grüne Kerzen müssen sie aufpassen, hier, das, das muss nicht sein, dass er die ausläuft, wenn hier eine grüne Kerze kommt, ha, lieber vielleicht auch mal einen Short zurückstellen, und wenn er eine rote wieder daneben stellt, dann nehmt es ihn halt wieder mit rein, ne, also, das, ähm, sie können grundsätzlich machen, was sie wollen, ich würde es so machen, okay, ja, und oben, Long Trigger ist wichtig, muss man wirklich, also, 12.800 geht er da drüber zum Dienstag, puh, ich bin da fest, ich glaube schon, der überrennt sogar das Kipp dann hier halt, ne, der geht auf die 13.14 dann, weil das ist so viel, das ist jetzt nach unten so ein Frotzer gewesen halt, ne, das ist wie im, wie im Wochencharts der Corona-Crash, wenn er da dann komplett das auskontert in zwei, drei Kerzen nach oben, ähm, dann geht er auch höher, wie der Nass sagt letztendlich, ne, so, okay, damit machen wir hier erstmal einen Break, machen hier einen Kasten zu, gehen in den Tagesschart rein, den Tagesschart natürlich jetzt hier, pff, das ist schon eine Ansage, das ist schon eine Ansage, aber da ist auch noch nichts passiert, er hat noch kein tieferes Tief gesetzt, er hat noch kein Tief unterboten, er ist noch nicht unter die 12.3.80 drunter, und solange das nicht ist, muss man sogar sagen, ist hier technisch gesehen noch nichts passiert, außer, dass das neue hoch nicht gekauft wurde, ne, und die 12.800 wieder verteidigt wurde, diese markanten drei Tiefs hier oben, die wir immer wieder im Fokus hatten, ne, von dort hat er sich jetzt wieder nach unten gestoßen, aber wir bräuchten im Tagesschart, der ist noch über dem Long-Trigger, ne, bräuchten wir halt echt neue Tieffolgen, er muss unter die 300 runter, und dann würde sich Platz bis zum unteren Band aufmachen, und wenn er unter dem Band ist, er hätte die Möglichkeit, aus dem Band rauszufallen. Ja, aber stand hier muss man wirklich sagen, Vorsicht, da ist noch nichts passiert halt, ne, also in dem Dreieck hier, wie wir es im Zwei-Stunden-Chart beschrieben haben, wäre es sogar möglich, ne, aber es ist eine schöne Vorlage, es ist eine schöne Vorlage, auch um unten wieder ein bisschen was zu schaffen, ich befürchte bloß fast, dass sie zu offensichtlich vielleicht ist, ich weiß es nicht, es wird für den Dienstag keine leichte Aufgabe. Deswegen, passen Sie auf, wie der kommt, ne, arbeitet immer am Vormittag hoch, ähm, ich würde den Dreieck nicht ausschließen, und kommt zum Nachmittag nochmal neue Tiefs, insbesondere auch unter den Montag, muss man schon damit rechnen, dass er bis unten durchgegeben wird, 3,70, 3,70, Punkt, das ist, das ist, das ist unten der Fokus, äh, das sehen wir auch hier im Tages-Chart, und die haben wir auch im, ähm, im Zwei-Stunden-Chart stehen, ja. Gut, Freunde, dann, bleibt bitte vernünftig, he, 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 und, äh, ansonsten, allen denen, die gerade nicht großartig investiert sind, viel Spaß beim weiteren Zugucken, also, davon kann man wahrscheinlich noch den Kindern erzählen, später mal, also, gerade, wenn man sich den Nachttag anguckt, ey, vor ein paar Wochen noch, oh Gott, wie sah das alles unten aus, absolute Panik, Angst, jahrelange Rezession vorhergesagt, he, he, und jetzt, ballert er oben raus, wie ein Gestörter, ja, he, Wahnsinn, 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 und so viel Euphorie, überall Euphorie und Zuversicht, und alles wird doch nur gekauft, und ach, die Fett rettet uns, hei, gut, Freunde, ich mach aus, gutes Gelingen, viel Erfolg, und wir hören uns dann morgen wieder, bis dahin, ciao. Was ist denn da dieser Leuchie, vors program bist dualous G devotionнаяc", bis zum Beispiel Indίο, das können Sie wiedersehen sowohl dem, dass wenn Sie Gas friction beides, indem Sie das vorbereiten, bis zum Beispiel Ind shelves und -, bis zum Beispiel Indnsinn.